Was soll das denn bitte werden? Ich schwöre, dass das was von einem Absicht ist. Nein, 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 danke. Kein Bedarf, nein, danke. Ja, dann kann ich sie wenigstens genießen. Ja, dann kann ich sie wenigstens genießen. Wenn das schon aufhört. Na ja, dann die Jungs im Auto und haben wenigstens Spaß. Was macht ihr denn da? Kniet euch mehr rein. Lasst nicht mal ran.